hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von schocki banuki daily deine tägliche dosis angeber wissen wir haben den 12 dezember richtig und das ist der sascha richtig und ich habe natürlich auch wieder ein geburtstagskind für euch mitgebracht auch richtig auch richtig jawohl wie haben wir denn heute schauen wir doch mal nach da haben wir frank sinatra frank sinatra ja geboren am 12 dezember 1915 ein großartiger künstler musikersänger der fand ich auch gut der das natürlich das bekannteste lied new york new york und ja auch was da noch mehr fly me to the moon hat er gemacht strangest in the night natürlich und my way ist eigentlich das bekannt wer paul anker kennt zum beispiel paul anker ist ja auch so ungefähr die gleiche stil richtung der cover doch sehr viel von dem auch sehr schön diesen kann man alle von 20 alle kamen egal wer sogar harald junke hat das gecovert ja sogar der sogar junke ja sogar junke hat ja aber am 12 dezember 2015 durften in saudi arabien das erste mal frauen an kommunalwahlen teilnehmen und damit durften frauen auch in saudi arabien das erste mal wählen das war am 12 dezember dann haben wir noch ein fakt des tages und zwar die meisten selbstmorde passieren an einem montag das hätte ich doch so sagen können ganz ehrlich ist ja klar weil da bist du total deprimiert arbeit kacke als im job muss da hin ein bisschen bis kommst deprimiert aus dem wochenende weil er irgendwas kacke war oder seit längerem kacke war und dann musst du auch noch zu dem scheiß job hin wobei man sagt nicht ist es der montag ist es ein job er ist nicht der montag ist es ein job ja ja klar aber wenn es dir kacke geht geht es dir kacke richtig dann solltest du was ändern fakt des tages die meisten suizide werden begangen an einem montag so jetzt mit dem wissen dass wir es gegeben haben könnt ihr raus in die welt und cheerio mizofi tschüssikovski